Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin ist jetzt noch doch mal deutlich nach unten hingefallen. Wir befinden uns momentan bei 61.700 US-Dollar, war aber auch so gestern der Plan, wie wir ihn besprochen haben. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, wo setzen wir unsere Long-Position. Ich habe zwei Level markiert. Einerseits natürlich, wo setzen wir den Entry, andererseits noch viel, viel wichtiger, wo setzen wir den Stop-Loss, damit wir nicht unbedingt ausgestoppt werden, aber wir haben auch noch ein Riesenproblem, denn es ist auch heute noch fett Zinsentscheid. Auch wenn dieser zu 99% eingepriesen ist, müssen wir da ein bisschen drauf achten und wir werden uns auf jeden Fall jetzt noch mal die US-Märkte auch noch mal etwas genauer angucken und natürlich auch den Gold-Chart. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und wenn euch das Video jetzt schon gefällt oder auch am Ende gefällt, lasst das Video schon mal gerne ein Like da, abonnier den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk-und-Signal-Gruppe reinjoinen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos, wie immer, unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr noch eine Börse zum Traden sucht, kann ich euch weiterhin nur meine Partnerbörse BingX empfehlen. Dort könnt ihr wirklich alles über Forex, Krypto und natürlich auch Stockmärkte traden. So, jetzt aber genug gelabert. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei 61.700 US-Dollar. Gestern haben wir darüber gesprochen, dass hier möglicherweise nochmal ein Retest stattfinden kann. Dieser hat dann auch erst einmal hier stattgefunden, aber der Markt hat sich dann doch nochmal entschieden, unsere wirklich grüne Box hier unten erst einmal zu treffen. Das war ja gestern dieser Bereich, wo wir darüber gesprochen haben, zwischen 61.000 bzw. 60.000 und 62.000 US-Dollar. Da sind wir jetzt runtergefallen bzw. in der Spitze waren wir bei 60.800 US-Dollar. Und ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass wir da in den nächsten Stunden nochmal hinkommen und diesen Wick holen, weil das Abverkaufsvolumen doch etwas stärker war. Das heißt, hier unten könnten wir uns doch nochmal ein bisschen was abfischen. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie ich schon im Intro gesagt habe, wo setzen wir unseren Stop-Loss. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, dass wir jetzt einerseits schon diese Long-Position setzen, weil wir hier natürlich auch diese Bullish Divergence haben auf einem 1-Stunden-Timeframe, die dann erst einmal zünden könnte. Das heißt, wir kriegen unser mögliches Reversal. Wenn wir uns das mal ganz kurz auf einem 4-Stunden-Timeframe angucken, da sind wir noch nicht wirklich so weit mit so einer Bullish Divergence. Also wirklich nur mini-minimal. Das wäre mir ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig, aber auf einem 1-Stunden-Timeframe ist die auf jeden Fall schon mal vorhanden. Aber wie gesagt, wo setzen wir unseren Stop-Loss. Ihr seht schon, ich habe momentan hier mehrere Optionen. Die erste blaue Linie, das wären hier die 60.400 US-Dollar, wäre mir ehrlich gesagt ein bisschen zu knapp, um hier einen Stop-Loss zu setzen. Das wäre hier drüben dieser Ankerpunkt. Und dann gibt es auch die zweite Möglichkeit, das wären diese größeren Bricks. Dann wären wir aber hier beim Stop-Loss von 58.863 US-Dollar. Wo ist jetzt das Problem? Es sind 4,5% Risk. Das heißt, man kann hier wahrscheinlich nur mit einem relativ kleinen Hebel von 3 bis maximal 5x und dann würde man schon 20% der Positionsgröße verlieren. Deswegen bin ich momentan so ein bisschen eher am überlegen, wir teilen diese Position auf. Das heißt, wir werden jetzt hier ein Entry setzen. Also genau jetzt so bei 61.800 bzw. 61.700 US-Dollar. Den zweiten Entry dann bei 60.400. Das heißt, der Entry verschiebt sich dann ein bisschen um 700 US-Dollar nach unten. Da haben wir nur noch einen Risk von ca. 3,69%. Und dann nochmal den nächsten Entry würde ich dann hier unten bei 58.900. Dann den Stop-Loss natürlich auch auf 58.200 US-Dollar schieben. Und dann werden wir hier ungefähr bei 2,5 bis 2,7% landen. Das macht momentan meiner Meinung nach am meisten Sinn, den Trade so zu planen, auch bezüglich FED. Und andere Möglichkeiten sehe ich hier momentan nicht, weil sollten wir hier wirklich dann 4 Stunden close drunter unter 59.000 US-Dollar fallen, glaube ich ganz stark daran, dass wir hier Richtung 53.000 bis ungefähr 49.000 US-Dollar fallen. Versteht mich nicht falsch, ich glaube da immer noch dran, dass wir immer noch mal tiefer gehen werden. Längerfristig oder mittelfristig jetzt erst einmal. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir jetzt eben, nachdem wir hier das Ende dieser Range erreicht haben, dass wir jetzt von hier aus uns erstmal so etwas recovern und dann in dem Bereich der 69.000 bis knapp 70.000 US-Dollar zurückfächern. Das heißt, wir kriegen jetzt hier vielleicht noch mal einen kleineren Dumpel in Richtung 60.800 US-Dollar, aber dann die Erholung Richtung 70.000 und dann möglicherweise den nächsten größeren Abverkauf. Also für mich Korrektur noch nicht abgeschlossen. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass es etwas längerfristiges werden wird, auch weil die Aktienmärkte meiner Meinung nach immer noch sehr, sehr stark überhitzt sind. Aber gut, das wird sich zeigen, das sage ich ja schon seit Wochen, und deswegen hört nicht auf dem Bimbo hier im TV, auf YouTube. Schauen wir erstmal ab. Also wie gesagt, für mich, das ist jetzt die Long-Position, jetzt Long-Entry, dann eben diese anderen zwei Entries, die ich genannt habe mit einem Stop-Loss bei 58.200 US-Dollar. Das heißt, hier unter diesem ehemaligen Pivot, unter diesen signifikanten Wicks mit ihren Volumenansammlungen, macht am meisten Sinn. Wir haben drei Entries, dreimal das Risiko etwas verkleinern. 25% würde ich jeweils in die Position reingehen. Und dann schauen wir erst einmal weiter. Und dann eben hoffentlich mit Recovery heute Abend, wenn da noch die FED kommt. Vielleicht schaffe ich es, ich habe eigentlich einen Termin, aber vielleicht schaffe ich es heute wirklich wieder mal mit Livestream. Muss ich dann relativ spontan entscheiden. Gehen wir rüber zu Ethereum. Und ich glaube, akkurater hätte es jetzt irgendwie nicht laufen können. Also ist auch perfekt in unsere Kaufzone hier reingegangen. Also auch so vom Verlauf von gestern nach unten hin. Dann nächster Abverkauf wirklich hier runter in diese Box von 3.100 bis knapp 3.040 US-Dollar. Also auch hier, hier würde ich sogar eher noch ein bisschen warten. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal einen Fokus auf Bitcoin. Ich glaube, den loggen lassen wir. Wer will, kann das hier natürlich auch machen. Dann würde ich aber auch hier den Stop-Loss unter diesen letzten Tiefs setzen. Das heißt hier bei 2.900 US-Dollar vom Risk her, wenn ihr euch das anguckt, also vom jetzigen Stand aus, wären es halt auch 7%. Also Risiko ist mir jetzt ein bisschen zu groß. Ich glaube, vorhin, wenn ich es mitbekommen habe, hätte und schon wach gewesen wäre, wäre ich vielleicht reingegangen. Aber ansonsten auch hier erstmal schon die Zielmarke erreicht. Und hier sollte jetzt auch erstmal eine Recovery stattfinden. Wir ziehen das FIP nochmal ein bisschen anders. Und da sehen wir auch, okay, es sollte eigentlich relativ akkurat dann sogar hier ins Golden Pocket hier oben reingehen, um dann möglicherweise dann auch wieder mittelfristig hier einen Abverkauf in Richtung 2.500 US-Dollar zu sehen. Also momentan läuft alles nach Plan. Wenn jetzt noch die Recovery kommt, beziehungsweise die Erholung jetzt im Laufe des Tages und keine wirklichen mega bearischen News, weil es gibt momentan keine bearischen News, das sind einzig und allein die Funding Rates, die hier jetzt deutlich nach unten hingegangen sind. Das heißt, wir sind jetzt teilweise hier endlich mal wieder auf Normalniveau. Und das Open Interest, ich glaube, das habe ich noch nicht aktualisiert, schauen wir uns das auch mal ein bisschen an, kriegt jetzt auch langsam hier endlich mal seinen verdienten Dämpfer nach unten hin. Also ganz normale Korrektur. Macht euch da keine Panik, dass das jetzt hier der Weltuntergang ist oder sonst was. Wir haben hier eine ganz normale Bitcoin-Korrektur und in der Spitze ging es jetzt hier schon 18% nach unten. Normalerweise sind immer so zwischen 30% und 40% bei einer Bullrun-Korrektur absolut drin. Es gibt natürlich dann auch so Blackspawn-Events, das sind mal 50% oder 60%. Aber dafür ist es momentan zu früh. Also bleibt am Boden, Long-Positionen sind jetzt geregelt und ansonsten warten wir jetzt erst einmal ab. So, gehen wir rüber zu Gold. Und da tut sich weiterhin nichts. Also wir sind weiterhin auf einem sehr, sehr guten Weg, dass wir hier endlich mal unser Breakout heute im Laufe des Tages kriegen. Wir haben am Montag schon darüber gesprochen, dass möglicherweise dieses Breakout dann in Richtung Fett kommt. Und damit rechne ich dann auch heute Abend eher. Also das heißt auch hier weiterhin erst einmal auf Warteliste oder auf Warten, dass wir hier unsere Short-Position hier oben kriegen. Bei 2177 Dollar tut sich also nichts. Euro gegenüber dem US-Dollar verliert weiterhin deutlich am Boden. Die Bullish-Divergence hat nicht ausgespielt. Wir haben jetzt eine größere gebildet. Aber gut, für mich auch kein Long-Szenario. Ich warte dann jetzt hier heute Abend wirklich auch auf einen möglichen Short, dass wenn die Fett die Zinsen hält, gibt es meistens im ersten Fake-Out. Das könnte der Euro gegenüber dem US-Dollar jetzt erst einmal nutzen. Das heißt Fake-Out nach oben, dann können wir unsere Short-Position machen und dann nieder mit dem Euro so gefühlt, weißt du? So, gehen wir rüber zum DAX. Auch hier weiter 0,0 Bewegung, also eher Konsolidierung. Alles wartet auf die Fett, Fahrplan bleibt gleich. Und beim S&P 500 haben wir gestern ja schon drüber gesprochen. Damit rechne ich hier nochmal mit einem Leg-Up. Da wird es vor allem heute Nachmittag dann spannend, ob wir hier noch über diesen Pivot kommen bei 5.185. Das wird auch dann so grob der Fahrplan sein, ob wir hier eine Short-Position reinmachen oder nicht. Sollten wir hier drüber klatschen, dann warten wir auf jeden Fall bis zur Fett. Und ansonsten sollten wir hier wieder in diesen Widerstandsbereich kommen. Das heißt, hier in diesem Bereich, wo unser Pivot eher 1 ist momentan, hier in diesem Bereich, das ist ja eigentlich momentan diese Widerstandszone hier, dann werden wir erstmal ein bisschen abwarten. Also ich werde jetzt hier nicht auf Biegen und Brechen versuchen, hier den Markt zu shorten. Neste geht auch schon ein bisschen nach unten hin. Und wenn wir uns den Dow Jones da noch ein bisschen angucken, wo ist der auch nicht wirklich bullish. Also für mich momentan eher S&P 500 gibt den Ton an und sobald dieser hier durchfällt, dann wird wahrscheinlich der ganze Markt erst einmal nochmal deutlich, deutlich abschmieren. Ansonsten würde ich sagen, war es das für das heutige Video erst einmal. Tut sich sowieso relativ wenig. Wie gesagt, Long-Position ist jetzt getriggert. Also hoffen wir, dass das mal gut geht im Laufe des heutigen Tages. Sollte es irgendwelche weiteren Updates geben, wie gesagt, kommt gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe rein. Dort kriegt ihr die aktuellsten Infos. So, dann war es das von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag, vor allem einen erfolgreichen Tag. Genießt das Wetter vielleicht da draußen. Und wir hören uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay calm.